Wir sind an diesem besonderen Tag hier versammelt, um die Hochzeit von Herrn und Frau Pfau zu feiern. Hoch leben die Zürteltäufchen. Ich meine, das Brotpaar. Es leben hoch. Wenn niemand Einspruch gegen diese Eheschließung erhebt, beginnen wir mit der Zeremonie. Frau Pfau, wollen Sie den wundervollen Herrn Pfau zum Ehemann nehmen? Was für ein wunderbarer Tag. Ja, ganz wunderbar. Ah, der Wolf! Bist du hingefallen, Frau Pfau? Hilfe! Der Wolf ist hinter mir hier! Hilfe! Rettet mich! Schnell, Herr Bartolito! Herr Pfau! Frau Pfau! Also, Frau Pfau, wollen Sie den wundervollen Herrn Pfau zum Ehemann nehmen? Ja, das will ich. Natürlich. Und Sie, Herr Pfau, wollen Sie die wundervolle Frau Pfau zu Ihrer Ehefrau nehmen? Oh, nein! Von so vielen Augen wird mir schwindelig. Herr Pfau, du hast mich vor dem Wolf gerettet. Vor dem Wolf? Ja, Herr Pfau, du bist trautapfer. Dieser Wolf hat ja gar keine Ahnung, was ihn erwartet, wenn er dir noch einmal zu nahe kommt. Herr Pfau, wollen Sie die wundervolle Frau Pfau zu Ihrer Ehefrau nehmen? Ja, das will ich. Natürlich. Ich erkläre Sie zu Frau Pfau und Herr Pfau. Ich glaube, du bist als Nächster dran, Bartolito. Diese Jungen zu heiraten. Nein, nein, nein! Jungen zu